Dieses hier angebotene gut gepflegte 16er Rhein-Mittelhaus ist ab dem 1. März 2014 zur Miete frei. Es befindet sich im Rhein-Sieg-Kreis. Das im Jahr 1976 erbaute Objekt verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat fünf Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 400 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von 170 Quadratmetern auf. Die monatliche Kaltmiete des Objekts beläuft sich auf 1.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017